Wir haben das Buch, wir reden von dem Buch und wir lernen das Buch. Aber wir wissen noch nicht, was das macht, sondern es nennt die Guten, dass sie eine Arbeit hat an uns. Application, Applikaren. Wo sind das, wenn wir Applikaren tun? Weißt du, was wir nicht Applikaren tun? Neul von uns? Ich wusste nicht, ich weiß nicht. Die Bibel sagt, so streng und so fair, aber wir sagen nicht, so streng und so richtig. Und dann sagen wir mal, hier in Joachim Kissentope, und das ist so, dass das Buch nicht mehr kann. Und das heißt, wir sagen, wir sind nicht so, in der Bibel, wir würden nicht so sein. Jo, ich weiß nicht, das geht. Das sagt es uns doch. Das ist ein Mensch, das wir haben, wenn ein Anker erklärt hat, wenn er das Impfung, das wir haben, wo ein Anker, der krank hat, so dass ein Körper fett, den es dort kankt, so dass wenn du das kriegst im Leben, dann hast du den Körper, dann nimmt den Körper, weil es sagt, die Haftung. Merkt ihr das an? Du wirst hier so sagen, wenn du nicht anspratzen, dass es eigentlich eine Krankheit, sondern dass den Körper lehrt, dass die Fetten, in anderen Videos, dann dass die Regenienfetten, dann ist die Jusend, wenn der krank hat, im Leben kämpft, im Körper nun, und dann sagt, nehmt der Körper, der krank hat euch an, weil es sagt, der Haftung hat. Merkt ihr das an? Was ist das, wenn wir die Bibel sehen, wenn wir in der Bibel fahren, sagen, wir bringen die Bautschaff, und lernen die, die sagen nicht so, dann sagen sie, ah, das hat euch an. Und dann sagt es euch an. Wenn wir die Bibel applikieren, wenn du, du hast gelehrt, das ist nicht so, und dann das, und du hast es applikiert, dann wirst du schuldig fallen, dass die Sorge ist. Und du wirst hauptsigen, und du wirst die Offen des Sorge. Und du hast es applikiert. Und du wirst ein Beispiel, warum wir eine Verläuper gehen, eine Verläuper, ein Kapitel 3. Wenn wir die Bibel haben, und dann dort mal, mit mir taub, ein paar wieder Blüte sein, Kapitel 3, Vers 1, und dann, wenn wir nun hin, dann kannst du nicht nun der Hand an, dann war es ein, was ist das Anstieg, wenn du abgehört. Dann sagt er, dann wieder, meine Brüder, fred du in dem Herrn, mir fällt doch nicht schwer, in das Ammerwahrer zu schreiben, durch die Ammerzsache. Nun, das los, die Ammerwahrer zu schreiben, weil du nicht, ich will die Sachen. Naja, das ist fähig, wir lesen das hier, und Polis ist Gott sei Dank, für Polis, und das ist eine Lieder, und das soll wir uns auch anwenden, dann lesen wir wieder. Und dort applikieren. Und dort applikieren, die Applikation, die haben es da, bei mir, dort sagt er, fred du in dem Herrn, und dann wird mir nun der Hand. Hen, fred du in dem Herrn, Hen fällt doch nicht schwer, den Ammerwahrer zu schreiben, und dann sagt er, wach, Messie, mir fällt doch schwer. Mir fällt doch sehr schwer. Mir hat doch sehr schwer, die Fall. Dort soll es dir denken, Ammerwahrer zu sein, wenn alle die Menschen sollen, oder Gott weinen. Sie achten sich hier in Arachen, nicht dass die Bibel zu mir reden. Polis sagt, dem fällt doch nicht schwer, das soll es dir Ammerwahrer zu sein. Wegen das Wort, wegen es dann, wo ich die Ammerzsache habe. Nun hat mich das geändert. Nun fällt mir das nicht mehr schwer. Wenn ich nicht nüßt, applikiert. Wenn wir mal, ich kann das ein bisschen drehen, ich will drehen, ich kann das drehen, dann wird es immer, wo ich applikiere. Fast Feuer, muss man sagen. Leib ist geduldig, leib ist frendlich, leib wird nicht übrig, leib ist nicht inkoppig, empach sich nicht, leib ist nicht eingeschakt, es ist nicht nusig, es lässt sich nicht verbessern, und es nicht nur drehen, leib fretsig nicht, für das, wo du auch reich hast, es fretsig, wo du auch reich hast, leib verdreiche alles, es läuft alles, es hupt alles, geduldig, das reicht alles. Nun ist es ein Schwein, leib gewillt, aber ich habe es. Ich werde das mal unterschließen. Haben Sie das gemacht? Han fretsig nicht, für das, wo du auch reich hast, Han fretsig, für das, wo du auch reich hast. Han ist geduldig, Han ist frendlich, Han wird nicht übrig, Han ist nicht hienkoppig, Han pustig nicht, wenn ich geschützt lege, dann wird mir mal krankenbock. Das sagt er, Han verdreiche alles, Han gleift alles, Han hupt alles, Han geduldig dreiche alles. Und wenn ich das lese, dann habe ich ein Ding, dann muss ich ein Pott gehen, dann muss ich mir das nicht beten, dass Gott, weil es nicht mit mir stimmt. Das stimmt nicht mit mir. Das wird nicht appliciert. Wenn man das nicht lese, und wir wollen die Bibel das nicht lesen, das wird die Kunst verändern. Dann muss ich den Dach nicht, Gott ist morgen, Gott ist früh. Lest die Bibel, und ich stehe, wo du sagst, und du die Nung da haben, und du sollst dir reden. Und dann sagt er, wie auf Englisch, das ist penetrating. Das schadet uns das Leben. Das verändert uns. Nicht übernach, das proktiert, das hat die Wurst und so wieder. Nicht übernach, das ist früher. Und unsere Lehre, wo wir bei uns sind, eins sind, die wir auf dem Missionen, wie auf, zu Nora, wo es dort, wo du das, die Bibel applikern, der ohne, dort die modelt, dort dein Leben bewegt, dort dein Leben ändert. Damit wir nur denken, Gott sei Dank für die Bibel, und für seine Geschichten. Bis zum nächsten Mal. figuring es doch mal, wo wir ihn anges�� kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.